Lukas, ich bin dein Vater. Furcht ist der Pfarrer zur dunklen Seite. Furcht führt zu Wut. Wut führt zu Hass. Hass führt zu unsäglichem Leid. Senats der Deutschen Republik. Ihr steht unter Arrest, Kanzler. Dunklen Lord, gestattet dich zu manipulieren, bis du schließlich genau zu dem geworden bist, was du geschworen hattest, zu vernichten. Der Geist und Sch Explainer ist alles zu verbreiten. Eins Hasan ist das Halb matem